Viertag ist studierter Tag, Maschinenbauer der Helmut Schmidt, Universität Hamburg und Schiffsmaschinenbauer. Schiffsbetriebsing im Jörg, die Reserveoffiziere, Problendenkapitän der Reserve und der Maritimen. Bande seit mehr als 40 Jahren, eng verbunden als E-Maliga-Stellstreck. Herr der Vereinigung, deutscher Schiffsingenieur, VDSI und Ex-Vorstandsvorsitzender des Paritimen. Klass, das Norddeutschland, MCA ist gern in der Bratsche, bleibt vernetzt. Stuttgart nicht per stimmig aufgestellt, wo Vater ist, mit Kieb in deren Verkaufsschüssen der Schifffaut, technischen Gesellschaft, STG, mit Kieb des Beirates, der Stiftung Schifffahrtstandort. Deutschland und Vorsitzender der Nordenstelle für Schütz und Meereslecht. NSMD, 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 NSMD. Vor Vater ist mein Sieg, sind Hochschullehrer, zunächst war er an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Denn den Bereichen Kraft- und Arbeitsmaschinen, Maschinen- und Anlandtechnik, Schiffstechnik, Fluidtechnik und erneuerbare Energietätigkeit seit 2000 A. Arbeitet er an der Hochschule Flensburg, zunächst am Maritimen Zentrum. Von 2015 bis 2017 als Präsident der Hochschule. Seit 2017 in den Studiengängen der Energiewissenschaft und Schiffstechnik. Seit 2017 in den Studiengängen der Energiewissenschaft und Schiffstechnik.